So, moin. Ich bin seit so einer knappen Viertelstunde im Ziel in Falkenburg nach den 230 Kilometer Amstel Gold Race für den CMCC. War sehr schön, auch zugegebenermaßen anstrengend. Die ersten 180 Kilometer, die gingen ganz gut und dann gab es leider hier so ein organisatorisches Problem, wo die eine Verpflegungsstelle mitten in den Wald gebaut haben und da waren alle Strecken, die haben sich alle gestaut. Und zufälligerweise habe ich da drei Freunde von mir getroffen, die die kurze Strecke gemacht haben, oder die 150 Kilometer, mit denen ich dann noch locker ins Ziel gerollt und ja, den Rest erzähle ich euch dann in den nächsten Tagen. Kann euch da, glaube ich, ganz, ganz gute Tipps geben und ihr hört vielleicht im Hintergrund die Musik. Hier ist eine massive Party und da werde ich jetzt hingehen. Prost!